Es geht darum, Aufmerksamkeit zu bekommen für ein Anliegen, dass die Verkehrswende endlich mit Vielschwung losgeht. Das heißt, mehr Radwege, besseren Bus- und Bahnverkehr mit Fahrradnahme und auch mit besseren Abstellanlagen an den Bahnhöfen. Das ist die Sicht der Radfahrer. Aber es geht auch darum, dass das Projekt, die B10 vierspurig anzulegen, vollkommen gestrichen wird. Ich bin der Fahrradfahrer, weil ich das als Fahrradfahrer unterstütze, weil ich die B10-Ausbau dagegen bin und weil ich schon seit 50 Jahren darauf warte, dass endlich die Bahnlinie von Pirmasens bis über Landau nach Karlsruhe ausbaut wird. Der Römer ist ein bisschen blanke Putz, mit Speichel wie Silberpapier. Das rote Schussklecht strahlt ich an, das neue Fahrrad steht vor dir. Ich dachte, da kommt jemand. Ja, ich dachte, da kommt jemand. Ich bin mit dem CK-Glock nach. Ich bin mit dem CK-Glock nach einer Römer. Jetzt bin ich mit dem CK. Ich habe Jauen und miche partner. Ich bin mit dem CK-Glock. Ich bin mit dem CK-Glock nach Distanz. Der CK-Glock-Handam. Schon sehr gut. Das hat es nachher. Ich bin mit dem CK-Glock. Ich bin mit dem CK-Glock, da kommt mit dem CK-Glock. Ich bin total beeindruckt davon, dass hier so viele Menschen für das Klima aufs Fahrrad gestiegen sind und es war ein Erlebnis, die B10 mit dieser herrlichen Landschaft für die Fahrräder frei zu haben. Ich finde, das könnte man immer mal machen. Erfordert ein Umdenken. Ein Weiterzug geht nicht mehr.